Willkommen zurück! Wir machen weiter mit Minecraft und Tails und so. Ich würd sagen, hinten ist einfach alles orange. Dann machen wir das auch einfach so. Okay, das müssen wir eventuell ja weiß lassen. Das ist ja nur der Bart, der ändert sich ja nicht. Ach, lebt mich doch, scheiß Gravity. Blubblubblubblub. Du bist so schön, weil du Turben bist. Ja, das ist ein Insider, den könnt ihr eigentlich gar nicht checken. Ich liebe dich, mein Lippenkind, bist du cool, weil du Torben bist, oder so ging das. Ich nehme meine Hand, ich liebe dich, wir spielen im Sand. Genau, das war das. Och man, aber ich falle auch jedes Mal wieder neu runter. Hm, 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 hm. Insider, den können nur vier Leute oder so checken, die mich kennen. Der Wester hat eigentlich keinen Plan, es sei denn, er guckt auf iTunes. Ist schwieriger, als es aussieht hier. Sein Herz ist vollenden. Das muss weg, weil es uns nicht sehen kann. Auch wenn ich euch jetzt Angst mache, es geht nur mal so über das Lied. Ähm, da fehlen zwei Blöcke, sonst sieht das so weit von hinten auch okay aus. Oh, LTF, du wirst stolz auf mich sein. Höch da, hoch da, hoch da. So, ich hoffe, ich nehme jetzt noch nicht 10 Minuten auf. Aber ich mache das jetzt einfach fertig. Lähne nehme ich auf, egal. Weil, wenn ein paar 20 Minuten wird, ich mach jetzt Tails fertig. Das muss weg, hier ist auch Sand. Geht doch gar nicht. Wo ich meine Brücke? Das ist richtig. Das ist aber falsch, mirke ich gerade. Das war's. Schöner Beat, ne? Okay. Das mache ich doof. So muss ich das machen. Machen wir gleich noch die Schwanz fertig, jetzt wird wieder taggleich. Könnte ich freuen. Richtig zu begutachten. Jaja, chill. so ist er richtig von hinten wie von vorne also ich finde ihn cool geworden so Schwänzchen richtig falscher Anfang hier muss ich anfangen das wird jetzt eine Herausforderung was mach ich denn immer so viel weiter runter hier fängt er an es ist ja am Anfang halbwegs einer sage ich jetzt mal ich würde sagen die gehen nach oben deshalb machen wir das mal so 3 sage ich jetzt mal so grob und dann einfach ne der zieht aus wie ein Flugzeug können wir nicht machen also falle ich da selber runter ich habe eine gute Idee das machen wir in 2D Modus das passt mal auf dafür brauche ich aber ein großes Sandgerüst das ich hier bauen muss und hier wäre es lieber einen nach hinten hier wäre es perfekt ja ich nehme schon so viele Parts auf ich habe gar kein Zeitgefühl mehr wie lange ich immer aufnehme und was deshalb muss ich ihm erstmal nachschauen so 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 von den Punkten her ist er ja richtig aber da fehlt doch was oder nicht oder nicht ne hier das hat gefehlt okay ähm jetzt muss ich auf die Seite gehen die Spitze dann weiß so nein so wollte ich das haben so so sieht das gut aus oh ne das ist zu wenig weiß hätte ich mehr weiß benutzen müssen außerdem ist er viel zu klein der Schwanz oh Gott egal der Part in dem Part wende ich Tails jetzt das macht er zu dünn zweitens ist er auch zu klein ha ganz schön pervers irgendwie hier ihr wisst was oh oh let me homage let me homage was was ist die ne ich wollte gerade sagen ist die schon zu Ende die Playlist ne ist sie nicht das ist der Weihnachtslied das ist glaube ich das letzte Lied das ist du bist würde die das ist das das ist das 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 So, ich muss mich gerade super konzentrieren, weil ich sonst Unterfall, ja. Okay, dann machen wir eventuell Tales doch nicht in diesem Part fertig. Es ist einfach nicht so einfach, wie es aussieht. Muss man das ja alles irgendwie denken, so logisch, logisch. Das ist schon ziemlich kompliziert. Ne, das sieht scheiße aus, kann ich nicht machen. Wie mache ich das? Aber erstmal den Sand hier weg. Gucken wir mal, wie es von vorne aussieht. Okay, wenn ich jetzt wirklich... Okay, ich habe noch eine Chance, den Schwanz zu retten. Das sieht gar nicht so schlecht aus, als ich das hinkriege. Aber, das werden wir sehen im nächsten Part. Right up. Ciao. Hallo, herzlich willkommen zu Minecraft. Wir machen diesen Part hoffentlich mal Tales schwanzfertig. Das haben wir in den ersten vier Parts ungefähr fertig gemacht. Das Buster, Schwert, Master, wie auch immer Schwert. In diesem Part machen wir Tales schweiffertig. Schwanz, schweif, schwanz. Ähm, weiß, da und hier. Hm. Es ist einfach nicht easy, mit solchen verpixelten Sachen irgendwas darzustellen. Bei einem Tales hat es zwei Schwänze. Oh. Obwohl, sie ist doch relativ okay aus. Ah, Playlist ist durch. Fängt von vorne an. Gut. Im zweiten machen wir dann nach rechts. Oder ne? Der wird so nach, nach da gehen. Gut, machen wir das so. Sand weg. Weg mit dem Sand. Weg, weg, weg mit dem Sand. Jetzt machen wir den Schwanz weiter. Okay, aber weh machen wir das. Das wird schön. Jetzt passt mal auf. Boah, let me am Arsch. Das ist doch nicht. So, hier. Perfekt. Done. Oh, das war verfuckt knapp. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Doch, das wird schon was. Das hat eine Zukunft hier. Jetzt wird mal Deutschland regieren. Bann und Weiß fängt jetzt an. Ich muss jetzt alles abreißen und mir das anschauen. Ich hoffe, das war es, ehrlich gesagt. Tales war zwar ein cooles Projekt, was ich jetzt hoffentlich mal abgeschlossen habe. Aber es wird doch mal wieder Zeit für was Neues. Sonst hänge ich hier noch ewig dran. LTF, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe dir eine Freude gemacht. Äh, wenn nicht, dann, ja. Leid, dass er so doof ist. Ich finde Tales aber cool geworden. Jetzt runter und anglotzen. Na, zu wenig Weiß. Und nochmal hoch. Aber jetzt brauchen wir nur noch Sand und dann ist er endgültig ready. Okay. Eventuell würde es sich das auch lohnen. Ähm, hier noch was hinzumachen. Hier noch einen Orangenen. Ja, total style. Weiß, weiß, di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Okay. So, Sand weg und ja, das war's, aua, 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 oh gut, weg, damit, oh, Tails ist glaube ich auch ready, eventuell hier noch einen roten hinpacken, ne, ne, weg, weg habt ihr gar nicht gesehen, so, Tails, in mehreren Dimensionen, also ich finde den gut geworden, Buster, Schwert und Tails, wow, ah, das muss noch weg, du, 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 können auch gleich die Körperslaternen wegmachen, es wird auch gerade wieder dunkel, hm, zwei Projekte fertig, na, hat Spaß gemacht bis jetzt, aber es ist noch lange nicht das Ende, oh nein, ähm, ja, ich hoffe es hat euch bis jetzt Spaß gemacht, der erste Aufnahme-Blog seit Part 1 ist jetzt zu Ende, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage gute Nacht oder guten Tag, euer Dab, haut rein.